hallo und herzlich willkommen zurück zu ground ich bin ein bisschen verwirrt ist hier nicht normalerweise der grüne käfer und die zwei grünen käfer die dicke und der kleine aber den skaropeus sehe ich hier gar nicht und der grüne ist auch weg also der dicke grün hat sich hierher gekommen bin stand er noch hier da ist aber da also warte das hier nicht vergessen und bei daten gucken wo ist eine stinkwanker frisch okay frisch was frisch bin ich mal mutig habe mich vom unserer ente mehr spieler habe ich mich mal inspirieren lassen nicht immer nur von weiden beim bogen drauf schießen das ist warte wo ist der andere tag und das ausziehen aber der grüne käfer ist nicht da warum nicht war das so einfach in hier weg zu ballern und wieso ist hier eigentlich hell müsste doch hier rumlaufen tut aber nicht ich nehme trotzdem mal die hier in die hand weil es hier unten einer rum düst okidoki stimmt ja hier komme ich doch ins labor oder war doch hier stimmt grüne käfer ich wollte zuerst hatte es hat jetzt hier gepiepst eine forschungsstation achten ja die habe ich noch gar nicht erkundet da war doch was da war ich noch nie hier oben in der axt hoch hallo da ist doch ding und schon habe ich es erkundet muss ich hier aber jetzt doch ich musste darin ein scharf und klee habe alles so sachen kein mensch brauche ich werde jetzt mal folgende sachen freischalten und zwar wissenschaft scanner scabby check schilder sind wird nicht benötigt stürzt mit heiß sporen nini brauche ich net ähm warte ist das neu chips stumpf ja ist neun ich die noch mal drei fünf ne sieben 14 21000 machen wir so nicht muss hier wieder hoch irgendwie komme ich denn hier hoch oder muss ich da lang ja ich muss glaube ich da lang dann mache ich das mal okay ach da müssen wir ja auch noch hin so ich möchte gerne da hinten so und hier unter mir ist irgendwo noch raw science da komme ich aber so nicht hin ne kann ich da lang springen kann ich bringt mir nur nix ne ich komme ja hier nicht mehr hoch oder doch hier war doch das säcklein mit dem ganzen da ist die tür ja dann müssen wir doch da hinten lang ok ja ich habe dich schon gesehen so und jetzt teste ich das nochmal muss doch irgendwie dahinter kommen sprich hier mit anlauf vielleicht von hier aus dahin da hin hier möchte ich gerne hin aber so nicht wie es aussieht ne ach man bin ich denn hier hingekommen so ne auch nicht hm jetzt springe hoch ich muss da auf dich die stachel mhm 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 doch dahin oder baue ich mich da hoch los heute so dahin von hier aus schwierig schwierig kann ich denn hier überhaupt bauen das ist die andere frage ja könnte ich jetzt ist aber gut und dann normalerweise genau so dann doch mal vielleicht das macht dann nicht so vielleicht du sitzt da in die mitten in die mitte aber oben ist anders da komme ich darum leben nicht hoch gleich mit halben so ja nein muss zuerst den unteren erwischen geht nicht mich nicht ran oder ich komme dann unter und dann komme ich nicht ran auch jetzt alles klar warum will doch nur hier hoch geht nicht ne doch jetzt hätte ich gerne dann noch mal so ein was für ein gehüpfe so ne das sollte aber reichen oh ja ich habe es geschafft so und jetzt wird es wieder kritisch ich wusste es ich wusste es auch meno von hier aus komme ich ja nicht mehr dahin ach man ja dann brauche ich mich hier hoch oder oder warte mal vielleicht ist ja ist das dreieck das ist es nicht das da vielleicht geht das ja besser so so welbe ständelwand daran und dahin eine dahin okay wird nicht reichen ich werde es mal so testen alles klar da baue ich mir da hinten so einen weg und dann verranze ich hier den absprung haben sie das geändert glaub's ja nicht man kann da nicht mehr hochlaufen super erklärt mir das keiner wenn ich das jetzt weg mache ist alles weg ne ne doch nicht dann so na man kann an den schrägen nicht mehr hochlaufen der gemein so und den nochmal vielleicht so so wenn ich das gewusst hätte hätte ich mir mehr Hitzsiegel mitgenommen so na komm okay ja und nun muss ich hier hoch brauche ich das ne geht's nicht lang äh kann ich hier auf die zacken springen vielleicht ähm ne komm mal hier nicht hoch und das wird auch nicht funktionieren ne ne ja gut dann machen wir das wieder hinten ich baue das wieder ab ich muss nämlich hier hin denn wir sind Zahn so der gleiche Test nochmal ähm fangen wir mal weiter hinten an hier so okay reicht das werden wir gleich sehen mit halben geht's ganz gut aber warum ist es schon wieder dunkel bin doch gerade erst von zu Hause aufgebrochen so Test mich hierin oh ja so wie dann auch noch ein golden ab so haben wir noch irgendwo Zähnchen übersehen warum war ich jetzt rosa ich glaube da hinten ist nix ne da ist nix drin ne aber vielleicht im unteren Labor hier irgendwas zum schlafen ja hab ich äh warte müsste nicht hier rum ach so ja 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 ich weiß wo ich bin aber ich hab ja nix äh um mit dem da zu kämpfen aua hier der sack ne war da hinten ne jetzt hier der sack oh warte da hinten ist ja auch noch äh raus seins wie soll ich denn da hinkommen mich hinbauen ich wusste es übers Fahrrad geht's nicht Mist einfach mal abgerutscht okay ja ist über mir an der Lampe ich weiß wo ich jetzt nicht mehr hinkomme vorragend ja gut dann hauen wir hier mal schnell ab au genau deswegen kommt er jetzt hier hoch ob es nicht hier trotzdem mal gucken jetzt hier der Käfer ist normalerweise hört man den ne ich höre im Moment nur die Fackel das knistert als ob hier ein Käfer rumläuft tut er ja nicht ja ganz klasse ich jetzt nicht dein ernst okidoki es ist Tag ähm fackel aus essen hab ich noch was ja trinken guck mal die Steine noch mal abbauen sollten auch Menno trinken bitte ja ok wir trinken was ok dann bedanke ich mich fürs Zuschauen ich mache mich mal Richtung Weg da hinten hin was machst du hier oder ich gucke hier erstmal noch nach grünem Käfer nö ich glaube den haben sie rausgenommen war wohl zu einfach gut da bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns morgen ihr habt euch gut und tschüss 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 tschüss